EM-Renten-Bestandsgesetz am 1.7.2022 in Kraft getreten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine Anfrage erhalten auf Rentenbescheid24.de. Dort fragte eine Kundin, wann ist denn dieses Gesetz zur Verbesserung der EM-Renten, Bestandsrenten in Kraft getreten. Wann kann ich denn mit meiner ersten Zahlung überhaupt rechnen? Das Gesetz ist zum 1.7.2022 in Kraft getreten und zwar gleichzeitig mit der Rentenerhöhung zum 1.7.2022. Am 1.7.2024 soll es ja bis zu 7,5% mehr an Rente, also an Zuschlag für EM-Rentner geben, eben die vor dem 1.1.2019 eine Erwerbsminderungsrente erhalten oder bezogen haben. Und zwar sollen diejenigen Rentnerinnen und Rentner einer Erwerbsminderungsrente oder auch hinterbliebenen Rente, die nach dem 31.12.2022 bis zum 30.06.2014 eine EM-Rente bekommen haben und die nach dem 30.06.2014 und bis zum 1.1.2019 eine EM-Rente bekommen haben oder auch meinetwegen eine hinterbliebene Rente bekommen haben, werden dann nur noch 4,5% Zuschlag erhalten. Und genau dieses Gesetz ist zum 1.7.2022 in Kraft getreten. Ausgezahlt wird es aber erstmals am 1.7.2024. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen eine rente.